Musik So, hab ich's geschafft, ne? Oder auch nicht, ich leg mich einfach zu den anderen hin. So hätte man es natürlich auch machen können. Das sieht ganz und gar nicht gut aus. Wow, da ist noch einer. Okay, wir machen die Tür hier auf. Wir suchen jetzt den Dolch von Lazarevic. Ist doch die Frage, wer den bekommen. Wir haben es geschafft. Oh. Oh. Meine Güte. Nice. Wo war hier noch einer? Ne Spass. Ich verstehe keinen Spass. Ich nehme eine M4 mit. Ich vermute mal, dass man hier aber nicht direkt hochkommt, oder? Ne. Ich habe, glaube ich, unten gerade einen Eingang gesehen. Ich sehe hier verdammt nochmal nichts. Weißt du, das ist irgendwie komisch. Tipp, klettern Sie zum offenen Fenster. Das ist mir klar, dass ich zum offenen Fenster klettern muss. Aber hier gab es auch noch geilen Stuff. Ah, okay, ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. So, hier hoch. Hier hoch. Und... Genau. Hier hoch. Nice. Ja, den Tipp habe ich, kenne ich ja schon. Klettern Sie zum offenen Fenster. Ist schon klar. So, zurückgeblieben bin ich jetzt auch nicht. Eine Desert. Nehmen wir mal die Desert Eagle mit. Nate. Hier geht irgendwas seltsames vor. Hier sind irgendwelche Tiere? Ja. Vor denen hätte ich dich vielleicht warnen sollen. Mich warnen? Du wusstest von diesen Viechern? Wann wolltest du mir das sagen? Komm ihnen einfach nicht in die Quere. Okay? Diese Viecher sind aber echt hinterlistig. Also, äh, hinterlistig. Und böse und... Ich kann kein Deutsch. Da liegt Verstärkung. Ruhig, Nate. Ruhig. Verdammt! Sie sind alle tot! Diese Dinger haben Sie zerfetzt! Sie sind Döller! Was sind das für Dinger? Ey, es kommen immer so Viecher plötzlich. Immer so. Hier kann man natürlich nicht durch. So. Und los. Und los. und los. Ah, endlich. Der Turm. Ja. Ich habe deine Entschuldigungen satt. Hör zu, ich brauche einfach noch ein bisschen Zeit. Du hattest wirklich genug Zeit. Ich habe euch den Dolch besorgt. Also, wo ist das Tor nach Shambhala? Wartet, Soran, wir wissen... Ich lasse mir durch deine Unfähigkeit nicht die Tor vermasseln, ist das klar? Die Antwort ist irgendwo in diesem Raum. Wir müssen sie bloß finden. Und Reyk ist dir immer auf den Fersen. Sieht aus, als hätte ich auf den falschen Mann gesetzt. So ein Arschloch. Ich... Ich versuche mal, ihn zu beruhigen. Bleib... du hier. Vielleicht findest du was raus. Okay. Denk nach, Chloe. Denk nach. Das gehört mir. Nate? Verschwinde hier. Gib mir den Dolch. Wir werden gleich wiederkommen. Chloe, zwing mich nicht, dir wie zu tun. Und was soll ich sagen, wo der Dolch ist? Dir fällt schon was ein. Das tut's doch immer. Tu mir eingefallen. Mach dieses Arschloch fertig. Okay. Wonach suche ich? Sekunde, das kommt mir bekannt vor. Das gute alte Tagebuch kommt wieder. Und wir haben hier Dolch wieder, übrigens. Ähm... Okay. Also danach suche ich, genau. Nach dem Symbol. Normal. Nochmal bitte. Das war's für heute. Okay, zu jedem dieser Wesen scheint eine Farbe zu gehören. Zum Snowline, genau. Und zu den Drachen gehört die Farbe weiß. Okay, dann gucken wir mal. Also hier haben wir dieses komische... Äh, genau. Hat bestimmt was mit den Schnitzereien zu tun. Ist mir klar, ist mir klar. Ja, wie kann man denn jetzt nochmal hier hoch? Genau. Müssen irgendwie nochmal hier hochkommen. Grün... Achso. Ah, okay. Grün war der... Kummige Tiger. Nein, nein. Ja, wir drauf, ne? Ah, das ist am falschen Platz. Verdammt. Moment mal. Grün. Tiger Green. Ja. Tiger Green. Oh, da ist der andere Tiger. Hier geht's. Hier, warte mal. UFR, okay. Das ist Zeichen für R. Was ist das denn für ein Zeichen? Wo ist Sully, wenn man ihn braucht? Ne, da ist es auch falsch. Das Zeichen darauf ist mir ein bisschen fragwürdig. Was ist das jetzt für ein Ding? Was war das denn? Aber ausgerechnet Sully ist heute nicht dabei. Der kann nicht schleppen. Ne, falsch. Ich check das Rätsel gerade nicht, aber ich weiß, was zu tun muss, was das heißt. Ich probiere einfach aus. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Das sollte gehen. Oh nein. Noch mehr? Okay. Die Symbole kenne ich schon. Okay. 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 Probieren wir es mal aus. Warte, was ist das? Okay. Warte mal, das klingt irgendwie falsch. Mensch. So. Jetzt hätten wir das. Okay. 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 gut. Okay. 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 Ich werde mal was ausprobieren. Okay. Okay. Das machen wir ja mal zum Schluss. Okay. 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 Ich verstehe es gerade nicht. Okay. 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 ist grün. Ne, er ist grün. Und grün war genau das volle Symbol. Jetzt verstehe ich auch das Rätsel. Nein, noch ein bisschen, Mann. So, was war das jetzt für eins? Genau, was war das jetzt? Das war Fire Element. Okay, Fire. Fire war rot. Rot ist dieses dämliche Ding. Nein. Das ist es. Next one ist this here. Hm, das war Erde, glaube ich. Ähm. Ja, warte. Das war dieser, genau. Äh, Earth, genau. Ähm, war gelb. Gelb ist, ähm, das. Okay. Was, das? Ja. Genau das. So, und jetzt war der der Komite-Tiger grün. Er. Die Schlange. Ah, die, ich habe es, glaube ich, falsch gemacht. Die Schlange, das war ja äh, White, genau. Das ist Wasser, Wasser. White, White Wasser ist dieses dämliche Ding da. Mit dem I drauf. Genau. Ich habe es gesch, ich habe es geschafft. Ich bin richtig dumm in solchen Rätseln meistens. Genau wie der Dolch. Ich stehe mich immer richtig dumm bei solchen Rätseln, aber ich habe es geschafft. so, 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 was ist denn das? Eine Leiter, würde ich sagen, oder ein Aufgang, eher gesagt. Ja. Elena, hörst du mich? Ja. Ich glaube, ich habe den geheimen Eingang. Wirklich? Ja. Man sieht den Fuß der Klippe mit den Statuen. Aha. Triff mich da. Ja, okay. Ich bin unterwegs. Bis jetzt. Bis jetzt. Bis jetzt. Vielen Dank.